In der heutigen XXL-News-Folge geht es um drei weitere Rennstrecken für 2020 bestätigt, Verstappens Abflug in Ungarn geklärt, Silverstone wollte deutlich mehr Rennen ausrichten, Red Bull analysiert ihre Aerodynamik, Pirelli entwickelt leicht neue Reifen für 2021, Singapur wird Straßenkurs bis 2022 neu gestalten. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Die Formel 1 hat letzte Woche drei weitere Rennstrecken für die Saison 2020 bestätigt. Emula, Portimao und der Nürburgring. Stattfinden werden sie an folgenden Daten. Der Eifel Grand Prix auf dem Nürburgring vom 9.10. bis 11.10. Der Portugal Grand Prix in Portimao zwei Wochen später vom 23.10. bis 25.10. Und der Emilia-Romagna Grand Prix in Imula eine Woche später, aber nur zwei statt wie gewöhnlich drei Tage. Mit diesen Streckenbestätigungen ist der derzeitige Rennstand bei 13. Der derzeitige Stand ist wie folgt. Die Rennen in Nordamerika sowie Südamerika sind gestrichen worden und die beiden Bahrain-Rennen werden auf unterschiedlichen Streckenvarianten gefahren. Das Finale soll wie gewohnt in Abu Dhabi stattfinden. Hier noch ein paar weitere Infos zu den Strecken. Der Nürburgring will in Zukunft den Deutschland Grand Prix mit Hockenheim abwechseln, so wie es von 2008 bis 2013 der Fall war. Und Imula versucht auch im Rennkalender für 2021 zu sein. Beim Imula Grand Prix findet übrigens nur eine Trainingseinheit vor der Qualifikation und dem Rennen statt. Das liegt daran, dass der Freitag ausfällt. Grund ist ein Format, was seit einiger Zeit auf dem Tisch liegt und hat auch etwas mit der Logistik zu tun, denn zwischen Portimao und Imula liegen 2400 Kilometer. Doch aus Brasilien aufgrund der Absage gibt es Ärger, denn der Promoter Tamas Rajonje wirft da Formel 1 vor, die Absagegründe erfunden zu haben. Er hat sich zu den Infektionszahlen geäußert, die in einem Brief standen. Außerdem sollen fünf Teams Zweifel gehabt haben, nach Brasilien zu reisen. Laut Rajonje kam die Absage des Brasilien Grand Prix zwar nicht überraschend, aber sie respektieren die Gründe dafür nicht. Denn die Situation ist in Sao Paulo deutlich besser als im Rest von Brasilien. Die geforderten Sicherheitsmaßnahmen waren für die Strecke bestens vorbereitet. Die Zweifel der Teams würden keine vertraglichen Grundlagen bilden. Der Promoter erklärte, dass sie sich rechtlichen Rat einholen werden, denn für die Organisatoren und die Gemeinde gäbe es große Verluste. Beim USA Grand Prix ist es geplant, die Kapazität des Circuit of the Americas für den 2021er USA Grand Prix trotz der Absage des Rennens für 2020 zu erweitern. In den letzten Jahren wurde der Grand Prix immer beliebter und der Ticketverkauf für 2020 war sogar noch höher als sonst. Der Grund für Verstappens Abflug in Ungarn ist geklärt. Jetzt hat sich Teamchef Christian Horner dazu gemeldet und erklärte, dass er auf feuchter Strecke testen wollte, wie weit er gehen konnte, als er versuchte herauszufinden, wo auf der Strecke Grip lag. Der Brite sagte, dass er auf den Monitoren erkannte, dass Max in den Kurven 6 und 7 von der Strecke abkam. Vor Kurve 12 war der 22-Jährige gerade dabei, das Getriebe zu synchronisieren, was nur bei Vollgas funktioniert. Dort war es nicht nur rutschiger, sondern die Intermediates waren auch noch kalt. Als es dann zum Crash kam, waren sie sich nicht sicher, ob sie Max in die Startaufstellung oder in die Box holen. Letzte Woche habe ich euch ja erklärt, was alles kaputt war und ersetzt werden musste. Silverstone-Streckenchef Stuart Pringle hat bekannt gegeben, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt angeboten haben, die Strecke für mehrere Monate zur Verfügung zu stellen. Wir reden hier nicht von drei oder vier Rennen, sondern von satten und jetzt Achtung, zwölf. Die Idee war, die italienischen und schweizer Teams einfliegen zu lassen, sie für mehrere Monate dort zu parken und die eben erwähnten zwölf Rennen fahren zu lassen. Laut einem Sprecher der schottischen Regierung hat das Vereinigte Königreich beschlossen, alle Reisenden aus Spanien eine 14-tägige Quarantäne zu verhängen, die ab Sonntag um Mitternacht galt. Apropos Silverstone, Williams hat angekündigt, ein mächtiges Update für Silverstone vorzubereiten. Red Bull hat vor, nach dem Ungarn Grand Prix die Aerodynamik zu untersuchen. Genauer gesagt wollen sie einen Schritt zurückgehen, bevor es dann wieder vorwärts gehen soll. In der Qualifikation zum Ungarn Grand Prix hat Mercedes Red Bull mit 1,4 Sekunden Abstand aber mal so dermaßen alt aussehen lassen. Sie können sich nicht erklären, warum die Boliden von Albon und Verstappen in Ungarn nicht in Form waren. Der komplette Umbau der Autos von Freitag auf Samstag und der Rückgriff auf unterschiedliche Aerodynamik-Spezifikationen sollten den Ingenieuren eine vergleichbare Basis bieten, um die Fehler herauszufinden. Sowohl Albon als auch Verstappen klagten über instabilem Fahrverhalten, welches zwischen Unter- bzw. Übersteuern in unterschiedlichen Kurven schwankte. Red Bull ließ das ältere Aero-Paket mit enorm viel Anprissdruck zwar aus, aber dafür war das Auto wenigstens etwas besser zu handeln. Das Symptom ist die instabile Aerodynamik. Je nach Fahrsituation kommt es zu einem Schwanken des Abtriebens und zu einem Strömungsabriss im Luftbereich. Denn je länger die Kurvenfahrt ist, desto größer wird das Problem. In Österreich lag der Verdacht noch auf Unterbodenverbiegungen, das sei aber nur ein Teil der Wahrheit. Dr. Helmut Marko erklärte, dass das Problem die Anströmung sei. Adrian Newey ist sich sicher, die Ursache für das Problem zu kennen. Sie wollen das Problem so schnell es geht korrigieren und verzichten vorerst auf alle neuen Teile. Nach und nach kommen neue Teile ans Auto, damit sie erkennen können, ob es da einen Fehler geben könnte. Was den Motor angeht, ist die Leistungssuche begrenzt. Gegenüber dem Mercedes-Hammer-Motor fehlen den Japanern 0,4 Sekunden. Im Winter hat Mercedes massig PS aus dem Aggregat gekitzelt und selbst Renault liegt im Qualifikationstrim vor Honda, während Ferrari außerordentlich abgestürzt ist. Im Rennen ist es andersherum, denn da stehen die Japaner wiederum vor den Franzosen. Aber wir haben ja alle gesehen, dass Mercedes bereits nach dem Start der Konkurrenz vollkommen wegfährt. Dr. Marko meint, dass sie den Motor bis zum ersten Boxenstopp in einer schärferen Version fahren. Die nächste Station in Silverstone kommt Mercedes entgegen, Red Bull allerdings nicht. Sie sollten eher auf Racing Point aufpassen, die ja das Mercedes Vorjahresauto fahren. Lock Dr. Marko kein Problem, denn sie sind sowohl mit dem Qualifikationsspeed hinter den Bullen, als auch mit der Strategie. Red Bulls Ziel heißt weiterhin Mercedes, weshalb sie alles in jede Richtung überprüfen bzw. untersuchen und im Rahmen der eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten prüfen, was überhaupt noch geht. Dazu gehört aber nicht das DRS, sondern die Fahrwerksprobleme. Was Red Bull sehr gut konnte, war die Meisterleistung an Verstappens Auto, denn in nur zwölf Minuten reparierten sie wieder den Wagen. Sie mussten ja noch Zugangspässe unter den Mechanikern tauschen, weil nicht alle die Berechtigung für die Startaufstellung hatten, wie zum Beispiel der Spezialist für das Scannen der Carboneteile auf Schäden. Wer zu dem Schaden von Verstappens Auto noch mehr wissen möchte, der schaut jetzt mal oben rechts. Pirelli hat für 2021 leicht neue Reifen entwickelt, da die Autos eine hohe Belastung produzieren werden. Sie werden beim Grand Prix zum 70-jährigen Jubiläum und beim Spanien Grand Prix jedes Mal 30 Minuten lang getestet, damit die Pirelli Ingenieure Daten erhalten können. Wo wir gerade über Reifen sprechen, hier sind die Reifenmischungen für den Toskana Grand Prix in Mugello und für den Russland Grand Prix in Sochi. Singapur möchte Renovierungsarbeiten an der schwimmenden Plattform Marina Bay durchführen. Aufgrund dessen kommt es zu einer Neugestaltung des Stadtkurses bis 2022. Dadurch wird die Strecke verkürzt und Kurven entfernt, um mehr Überholpunkte zu schaffen. Die singapurische Zeitung The Strait Times berichtet, dass die Grand Prix Veranstalter und das Singapore Tourism Board angekündigt haben, gemeinsam mit anderen Interessenvertretern das aktuelle Design der Rennstrecke zu überprüfen. Ab Januar 2022 bis Mitte 2025 kommt es zu einer Durchführung von Arbeiten an der schwimmenden Plattform und dem Bilden eines neuen Platzes nach dem Abriss. Die Organisatoren des Grand Prix und die Behörden Singapurs arbeiten bereits an der Neugestaltung der Stadt und sie haben schon eine Idee. Sie möchten die Kurvenverbindungen 16 bis 19 eliminieren, um mit der erschaffenen Langgerade mehr Überholmanöver zu bieten. Dadurch verkürzt sich sowohl die Kurvenanzahl von 23 auf 19, als auch die Streckenlänge von aktuell 5.063 Meter. In der Vergangenheit habe ich schon mal darüber berichtet, schaut mal oben rechts. Es soll eine neue Tribüne gebaut werden, deren Kapazität knapp 35.000 Zuschauer beinhaltet. Und nun zu etwas Finanziellem. Es wird geschätzt, dass das Land jedes Mal, wenn es den Grand Prix ausrichtet, ein jährliches Einkommen von 130 Millionen Euro erzielt. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich finde es super, dass die Formel 1 auf diesen drei Strecken fährt, denn zwei davon haben Kultstatus. Bin auf jeden Fall der Meinung, dass der aktuelle Kalender 2020 viel besser ist, als der, der letztes Jahr bestätigt wurde. Schade, dass der Hockenheimring nicht gefahren wird, aber hey, Comeback des Nürburgringes nach sieben Jahren. Beim Problem von Verstappen wäre ich im Leben nicht darauf gekommen, dass auch das Getriebe schuld ist. Ich war davon überzeugt, dass nur die Strecke allein noch viel zu rutschig war und es dann zum Abflug kam. Silverstone und 12 Rennen, aber hallo. Dass Red Bull in Ungarn hinterhergefahren ist, hat mich doch stark überrascht. Vor allem, weil die Strecke absolut zu Red Bull passt und es nicht auf die reine Motorleistung ankommt, sondern auf die Aerodynamik. Singapur und ein neues Layout? Mein Segen haben sie. Gerade deshalb, weil es wenig Überholmanöver gibt und mit der neuen Gerade Überholpunkte geschaffen werden sollen. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Kev Jadon Sancho LeClaire. Er schreibt zum Thema Vettel und Red Bull. Also wenn Red Bull Vettel zurückholt, ist das ein Schlag ins Gesicht für Alexander Albon. Entweder müsste er dann dritter Fahrer bei Red Bull sein oder wieder zurück zu AlphaTauri, was zur Folge hätte, dass entweder Kwiat oder Gasly ihren Platz räumen müssten. Also ich würde Vettel nicht verpflichten, wenn ich Red Bull wäre, weil mit Max und Alexander hast du eins der besten Duos, die man haben kann. An sich gebe ich dir recht, aber Albon scheint Probleme mit dem Red Bull zu haben. So habe ich es mal nachgelesen. So soll es auch bei Kwiat und Gasly gewesen sein. Und wer hat all diese Bulliden entworfen? Genau, Adrian Nui. Und wer hat mit diesen Bulliden viermal hintereinander die Weltmeisterschaft gewonnen? Genau, Sebastian Vettel. Also er weiß, wie man mit Nius entworfenen Bulliden fährt und Siege einfahren kann. Außerdem hat er jahrelange Erfahrung, um bei der Bullidenentwicklung zu helfen. Was Albon angeht, habe ich folgendes mitbekommen. Er würde dann wieder zu AlphaTauri gehen, um dort Kwiat zu ersetzen. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.